tötet mich oh man kann man uns das vorlesen? ne kann man nicht hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich die Grabkammer links von einem Wappen der Wendelhals in der Halshöhlen zu platzieren das direkt unter dem Wappen des Klee-Schwein-Stössers nack also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden bisher ja alles eindeutig versteht man weiß man sofort was gemeint ist kann man eindeutig zuordnen oder? der Stange Zungen Bärenorden bestand darauf dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des gemeinden geheimen Zugangs lag das verärgerte zwar das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzhöhlen die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Grundplatte platziert hatten aber schließlich setzten sie sich Stangen Zungen Bären durch oh wei unter großen Protestplatz hielten die Klee-Schwein Klee-Schwein-Schlosser in der letzten und rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung Kauf nehmen dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendel als Löwen in Mosaik eingepasst wo er Wären musste was zum wir können es überspringen ach du meine Fresse ich will nicht ach du Heiliger der Mutterschiff also das Wappen der vier Urn-Schlosser und keine Grabkammer Wappen Wendehals Löwen direkt unter dem Wappen der Klee-Schwein-Schlosser Klee-Schwein-Schlosser Wendehals direkt unter also hier theoretisch ja das müsste irgendwo oberhalb der Geheimzug äh was Schlangen Zungen Bären Orden ach so also ja irgendwie da ist ja schon eins vielleicht hier da haben wir noch keins machen wir hier eins und hier dann das Sotoku mit Symbolen ja ohne färmige Holzölen die Wappen direkt unter der entsprechenden Burmblatt platziert hatten ohne trägt unter das sagt mir noch nichts Klee-Schwein zum rechts von der Grabkammer ja ja finde ich kann man hier ist dann ich rate einfach mal drauf los nee da ist schon eins und dann hier ja fürst zwei wäre auch zu viel des guten gewesen es wäre zu schön wenn der als Löwen Wappentier ach du Schande ja alles nochmal rückgängig machen so ja gut hier sind wir nach rechts und nach unten nach links rechts hier fehlt noch ein Wendehalslöwe das heißt unten rechts wenn da ein zack dann fehlt hier nur noch die Öle dann hier Schlangen stand irgendwo oberhalb oberhalb die Schlange Schlangenbärdingens fehlt hier nur noch die Öle ohnenförmige holzöln die ab direkt unter der entsprechenden bohblatt platziert hatten ohnenölen förmig die direkt unter hier es ist verwirrend dann haben wir hier die großen protest rechts von der grabkammer ist dann hier vielleicht fehlt hier noch das fehlt hier auf der linie noch die Öle so kann man so Druck hier auch machen hier haben wir dann fehlt hier noch der Löwe Nein das macht keinen Sinn ich glaube ich bohre lieber auf gut glück weiter ok jetzt haben wir es beendet aber was ist denn jetzt schon wieder das sieht ja mal wirklich interessant aus mal sehen das sind zumindest schon mal dieselben symbole wie auf den bodenplatten aber das ist richtig war es noch nicht ich bin ein profi wenn es um rätsel geht darum genügt für mich auch ein einziger blick um zweifelsfrei festzustellen ja das hier ist ein rätsel aber die seite mit den auf zu fehlen so ist das buch für mich wertlos es sei denn natürlich du hast die lösung hm ja ähm das da hier position der geheimen grabkamera glät auf konzert tischen nomadier die kacken mein dings von einem wappen feeschwein kloster rechts platziert irgendwo schlangen bär stand irgendwo überhaupt geheim und aha das schafft ohlnigen holz ölen direkt unter der entsprechenden bohnen platte wo die ist schlangen zung bär sitzen sich durch schweine schlosser rechts von der grabkamera ja wenn das hier ja ja das muss es sein was ach so das hätte ich jetzt noch verschieben müssen das war die nur so ich bin verwirrt lilly kauerte sich in den beichtstuhl und wartete in der kapelle war alles ruhig bis auf frank der seiner aufregung kaum zügeln konnte wow wenn diese knochen kein hinweis auf eine klächen verschwörung sind dann fress ich tormengs doppelkinn und was ist das nur noch diese steinplatte durchbohren und das ist doch ein schwert ein echtes templer schwert ich werde verrückt man das sitzt ist kein tragendes teil der aufschlag halte in der ganzen kirche wieder versucht nachzuschauen doch dann hörte sie schritte nah was zum herrliche willkommene stelle endlich kann ich meinen horchposten wieder beziehen ja der gute frank der guckt sich das kreuz jetzt von unten an ja die radieschen von unten nice eingestellt lilly war unwohl bei der sache jemand in einem beichtstuhl zu sperren war möglicherweise kein angemessenes betragen für ein rapes mädchen hat was hatte sie ätna damit einen großen gefallen getan sie konnte es kaum abwarten ihrer besten freundin davon zu berichten garret ist also außer gefecht gesetzt sehr gut aber die gefahr ist noch nicht vorbei ja weshalb sollten wir den nochmal mussten mir helfen meine spuren zu verwischen der doktor darf keinen hinweis darauf finden dass ich jemals hier war könntest du das für mich tun prima mal sehen als erstes müsstest du den luftballon entfernen den ich in der hauptthalle hinterlassen habe da ist so ein der doktor würde mich sofort erkennen dann habe ich bei der schul uhr mit knallfröschen gespielt sagen wir einfach es war teil eines wetter experiments und es wäre auch geglückt wenn ich einen echten delorean gehabt hätte du ahnst ja nicht wie schwer es ist einen rasenmäher auf 80 meilen pro stunde zu beschleunigen und natürlich musst du die widmung am schaukelbaum entfernen das tut mir bei doktor hieß die schon kennt namen muss nichts heißen aber ja das spielt danach verleinwand ok wir müssen jetzt alle hinweise entfernen ich weiß auch schon wo sie sind die hinweise schei ganz alleine hier natürlich ich kann dir folgen natürlich in die haupthalle was ähm clowny das ist ein sehr frohlicher clown hallo ich hoffe es hat keine Angst vor clowns im chat ich hoffe keiner von euch hat Angst vor clowns ähm im live chat und auch später in den parts nicht ähm clown ähm du wunderst dich wahrscheinlich was ich hier zu suchen habe oder mein name ist ernst der lustige ernst und ich habe mich hier als kindertherapeut beworben aber nein die oberen hat schon einen anderen gefunden diesen doktor marcel ein irrenat ist das zu fassen den typen würde ich nicht einmal an meine kinder ranlassen wenn ich wüsste wo die sind das habe ich nun davon dass ich auf psychologe umgeschult habe lachen ist die beste therapie super idee super idee seit monaten warte ich auf ein engagement ich hätte lieber klempner bleiben sollen klempner psychologin clown das klingt ja eine richtige wahnsinnsaufgabe in einem richtigen traumjob was gefällt dir meine laune nicht soll ich jetzt ein paar kunststückchen vorführen oder was mir geht's halt mies weil meine therapie idee gefloppt ist lachen ist die beste therapie super idee so ein dreck hm klempner kunststückchen zigaretten dr marcel mhm früher war ich klempner jetzt bin ich seelenklempner was gibt es da nicht zu verstehen ha 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 verstehe dieser witz frag mich jetzt bitte nicht nach diesem dr marcel den typen würde ich nicht einmal an meine kinder ranlassen wenn ich wüsste wo die sind er ist ein verbitterter böser mann es ist überall bekannt dass er kinder hasst seit er von einem kleinen mädchen die treppe hinunter geworfen wurde es ist doch noch etna bricht aus spielte nach etna bricht aus jetzt haben wir es offiziell nachdem er einem kind die treppe hinunter geworfen wurde alles klar und zu der oberen passt das ja das ist ja ein pärchen das ist ja das perfekte pärchen oberen ignas und dr marcel das ist ja besser geht's nicht die sind nichts für zart beseitete kinder verstanden?